hallo und herzlich willkommen zu lego hier botter 1 bis 4 ich bin es mal wieder und wir machen die toffee quirl querelein und dann müssen wir mit quirl im quirl entgegnerkampf mit voldemort besiegen und dann müssen wir das level starten gesicht des feindes so da haben wir ja schon unseren voldemort gesicht des feindes da freies spiel voldemort gibt es das auch noch spezieller voldemort so wir haben jetzt hat nur noch 6 so fern zu machen und pro trofee mache ein video x tricks so wir müssen jetzt bis zum endgegner kampf machen so dann haben wir das zorn er stimmt ex das können wir einschalten ja dann ja dann brauchen wir das ja nicht so den stein brauchen wir auch nicht schnell zaubern und schnell graben können wir noch einschalten dann geht es ein wenig schneller dann da runter so 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 Dann den Deckel da auf den Kopf tun. So, dann den Schlüssel da rein, dann geht es da weiter. Okay, warten Sie mal. Entschuldigung, ich musste kurz auf Basel machen. So. 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 Dann immer doch den. So. 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 Okay. Lali lala lalu. So. Ach komm. So, dann müsst ihr mal eigentlich die Toffee gleich bekommen. Jawoll, dann bis zur nächsten Folge.